No. Vor allem ich hab diesen... ...Mast schon stehen, ne? Ja. Hat ich schon recht früh. Ich glaub, die Raiders werden auch dadurch angelockt, ne? Keine Ahnung. Kann sein, wegen diesen Funkrufen und so was. Ja, wenn nicht sein, weil ich schon welche in der Stadt hatte. Aber ich hab hier zum Beispiel die ganzen... Boah, jetzt leckt das grad, aber das leckt bei dir. Nö, bei mir leckt das nicht. Ähm, ich hab Mini-Gans stehen. Ne, das hängt ganz gut. Ja. Da hab ich grad kein Material. Äh, weißt du, wer die Zahnräder am Schelzen kriegt? Nö. Durch die, äh, Ghule. Diese Goldarmbänder. Ja, bei den Coolen war ich noch gar nicht. Ne, klar. Du warst doch schon bei den Ghulen, sicher. Nö. LOL. Ich hab doch gesagt, ich bin erstmal wieder in den Zängschild zurück nach der Todeskralle. Ich durfte ja nochmal aufnehmen, weil... meine Audiospur mit einmal nicht drauf war. Toll. Sonst wär ich auch schon weiter, ja. Und... Ich glaub, das ist über ne Woche schon wieder her, wo ich zuletzt gezockt hab. Ich wollt hier gleich nochmal, wenn wir ein bisschen weitergekommen sind oder auch nicht... Ein bisschen weitermachen. Aber merkst du was? Wenn ich quatsche, dann schaff ich das ganz gut. Ihr müsst ja nur quatschen. Wenn ich mich nicht aufs Spiel... Wenn ich mich nicht aufs Spiel konzentriere... Wenn ich mich nicht aufs Spiel konzentriere... Wenn ich mich nicht aufs Spiel konzentriere, dann schaff ich das, hallo? Wollt ihr mich verarschen? Oh, Zeit läuft. Zeit! 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 Du hast kaum Zeit! Spring! Spring schneller! Ist mir auch schon egal. Schafft er das auch noch? Hallo? Ich konzentriere mich gar nicht aufs Spiel! Ich schaff das! Hallo? Was ist das für'n Scheiß? Ich bin schon ein bisschen... Stimmt, wir sollten ja früher auch gezockt. Nicht konzentrieren und einfach socken. Weil's ja auch sonst langweilig wäre. Ja. Man hat sich immer nur auf irgendwas konzentriert, wenn man irgendwo was machen muss, sich zu konzentrieren. Sonst nicht. Ja. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Quatschen wir erstmal über Fallout. Ja was denn? Ja was denn? Ja was denn? Was war das denn? Hä? Rennst zurück. Rennst wieder vor. Rennst zurück. Hä? Was war das? Weil ich nicht auf die Blume gewartet hab. Achso. Mag doch nicht stehen. Oder hast du noch ein Leben? Ja. Da fahr ich eh gleich wieder. Also jetzt schon. Ja. Sag ich ja. Das war dieses zappelige Hin und Her gerade wieder. Du kleiner Nerd. Du. Du, kleiner Phatzer. Du. Boom. Hss. Ein bisschen. Ja, weil du kannst dir den, den ersten Abschnitt total einfach. Kurz lang. Kurz kurz kurz. Hast du ja gesehen, wie ich das eben gemacht habe? Zack, 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 zack. Einmal durch da. Und nebenbei gelabert. Das ist auch einfach. Aber ob wir das überhaupt jemals schaffen, ist die andere Frage. Schade, ich dachte hier wäre ein Pilz drin. Kann auch sein, dass da irgendwo was versteckt ist. Oh lol! Das war gut. Das war echt super Flash. Das wäre natürlich Nicer Dicer. Nicer Dicer Plus. Nicer Dicer Plus. Mit Baby Shampoo dazu. Stefan Rabat, die verarscht. Die war ja bei ihm. Baby Shampoo. Er kauft sich so einen Mist. Du? Auf jeden Fall, ich wollte mir das wirklich mal holen. Ehrlich, jetzt? Ja, das ist bestimmt bestimmt geil. Alter, riecht voller Donut. Ich bin der Donutmann. Ja, da ist der Donutmann. Schokolade, Mann. Stirb, 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 stirb. Du kannst nicht mal. Die grinsen schon. LOL! Was ist das denn gewesen? Hast du das gesehen? LOL! Der Panzer ist stecken geblieben. Was war das denn für Bug? Du hast wieder gecheatet. Kurz. Bleib das Ding erstmal hin. Oh! Ich wäre fast durchgefallen. Ja. Ich hätte auch gedacht so, oh shit. Fall ich durch? Ich dachte eben, hä, was ist das denn jetzt mit Eimer? Bleib das Ding hin. Oh. Schiegel. Ja. Ja. Neuen Bug gefunden. Auch natürlich. Stimmt auch so. Kann sein, ja. Derp derp derp. Vielleicht stink. Nee. Wollte ich aber schon. Ja. Du doch nicht. Doch. Du stinkst immer. Ja klar, nach Gamer. Du bist Gamer, ja. Gamer müssen stinken, weißt du doch. Und jetzt ist das Ding nicht hängen geblieben, ne? Ja, weil du nochmal draufgeschrieben bist. Vorhin. Bin ich? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ach, du hattest vorher nochmal draufgeschrieben. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Warten. Warten. Warten? Warten? Wo? Warten? 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 Wartenbraten. Mh, lecker Braten. Hey! Hey! Luigi hat sich auch gefreut. Du hast dann Popo gerochen von dem Viech. Ja, ich weiß. Aber wenn man überlegt. So anfangen, wie weit ich da gekommen bin. Und dass ich jetzt noch weiter komme. Schon. Toll. Aber weiter als Level 2 kommen wir auch nicht mit dem ganzen Leben. Hm? Mit dem ganzen Leben kommen wir auch nicht weiter. Nö. Stimmt. Oh, lol. Ich find das immer noch zu geil. Die Leute. Manche Leute einfach zack 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 da durch. Ja, weiß ich auch nicht. Hab ich roter Hände oder was? Hm? Hab ich roter Hände oder was? Na? Also meine Augen. Ich bin alt. Die werden auch irgendwann schwächer. Direktionszeit gleich null. Das muss eben. Das sagst grad du mit alt. Ja, ich bin alt. Alter Sack. Und 27. Alter Sack. Und 27. Alter Sack. Ah. Ey du dämliche Shitkröte. Tschüss. 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 Wo denn? Da will ich nicht runterfallen sehen. Schade. War nur ganz knapp eben. Ich hab fast runtergefallen. Kannst du ja nochmal machen. Nö. Das war ja. Oh mein. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ich hab mal Popo riechen. Bei der Batsche Kröte. Ey. Popo riechen. Popo. Ja. Popo Kröte. Hä? Komm. Aktivieren. 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 Dann gibst du einen Bonus bei. Du erst. Warum sprichst du zu weit du Arsch? Hahaha. Ich hab gleich wieder Game Over. Ja auch. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Ich hab nur Konten in die Länge strecken Das ist ja das Besondere daran Weil ich konnte in die Länge strecken Wobei ich ne ganze Weile ja nix mehr kam Weil der Herr ja Internetprobleme hatte Nee, ich hatte keine Internetprobleme Das war kein Nein Arsch Arsch, hab ich gesagt So, jetzt werd ich mich konzentrieren Und nochmal abstützen Der Flash Ist so behindert Genau, ein Mainstream War das Knapp eben, hast du das gesehen? Nee, hab ich sogar auf der Aufnahme Ich weiß, dass du das nicht gesehen hast Das war du grad geblinzelt hast in dem Moment Ja Deswegen Genau das hab ich Hallo, blödig schuldig Ich wollte grad springen in dem Moment, aber Und man sollte ja auch vorher die Taste wieder loslassen, bevor man versucht zu springen Das wäre sinnvoll, irgendwie Irgendwie ja, ne? Ach komm, du springst doch eh gleich wieder irgendwo rein Klar Kannst ja gleich runterfallen Machst ja sonst kein Spaß Du machst auch immer diesen Röhrenrammler grad, ne? Weil du ganz halt gegen rennst Nee, weil ich einfach eine Taste hab, die dauerhaft einfach laufen an hat Ja, ist klar Ihr, was der meint, ich soll laufen? Ich kann das immer umstellen Ich wollte nur eine Ahnung, das zu drücken Guck, jetzt kann ich zum Beispiel stehen bleiben Trotz Oh Blech Das war nicht geplant Sag doch, ich spiel noch nächstes Mal gleich irgendwo runter Du nimmst doch mal als Shampoo-Code Du nimmst doch mal als Shampoo-Code du ja glaube ich dir das glaube ich dir du kotkopf soll ja auch mein code schicken damit du mehr code hast die wir schon dein code haben der codefrosch was habe ich nicht gesagt keine ahnung was ich nicht gesagt habe was wiederholt man zu hitler jetzt spricht zu kurz ist klar wir werden immer abstützen naja naja hallo das ding hat noch vier level also 8 von 4 war nicht acht überhaupt das allerletzte level ja ich glaube 8 ist das letzte level ja man habe ja eben gefragt ich tippe mal jetzt irgendwas drunter 齢go muss das auch was sein da gister tschau tschüss warum bleibst du eigentlich vor der pflanze eben zuerst stehen Trotz Stern Und tschüss Ich find's lustig Ich wollte den Anki aktivieren Powerpilz Aktivierung Incoming Ich verstehe immer, dass du einen Schaden hast Was? Ist ja normal bei mir Man war das knapp eben Kannst du nicht einfach mal eine Runde sterben? Nein Ey, ruhig da Hallo, Grütti Grütti Fotz Hat er nicht gesagt Was? Hab ich nicht gesagt Grütti Fotz Du kannst dich auch nicht beherrschen, ne? Beherrscht mich doch Das normale Benehmen Du kannst aber 5 Sterne Benehmen nehmen Nö Das kann ich nicht So wie du Du kannst dich auch nicht beherrschen Klar Lieber Herr Zentus Warum rutscht die Aschgeiger mal da runter? Lieber Herr Zentus, das tut mir sehr leid Dass sie diese Aktion erlebt haben Die Fresse Halbe Stunde schon wieder Halbe Stunde Fail-Fail Ach nee, dass er mein Content in die Dinge streckt Wir sind einfach absolut schlecht da drinnen Das Konten fehlen Kontinuierliches fehlen Ausgetrickst Was das mit ihr, was die Tierröhre? War das mit ihr? Weiß ich nicht, musst du gucken Hier muss doch Irgendwas muss darauf sein Da! Das war... Vielleicht ist da drüber noch irgendwo was die hol ich mir okay wir wissen auf jeden fall dass da nichts mehr wichtiges ist weißt du ja nicht ob vielleicht die anderen irgendein andere block auch noch was hat das war knapp gekriegt eben aber schöner sprung vor allem hört man es auch noch wenn er weiter das ist so ein arschreigen kopf okay aber ich mache die auch auf 20 und immer den gleichen content ja so gut will sind wir ja der gleiche content ist immer abstürzen immer abstürzen immer abstürzen ja nicht mit lange das sage ich dir jetzt schon so anfangen ist das noch lustig aber nach der zeit aber der reagiert immer so spät er ist naja muss ein tick früher drücken zum springen dann springt er auch ein zeitig ja ich weiß du soll springen nein hast du nicht wie gesagt das sagen wir alle ich bin nicht springen das war zu weit nach vorne gesprungen ja ja das war gekonnt habe ich schon ausgerechnet ja ja hast du in den abgrund reingesprungen schade ausgerechnet ja ja aber nicht wie ich jeder noch drei komplette versuche und grad sagen jeder noch zweimal komplett game over und dann machen wir den zweiten zweiten ich weiß gar nicht ob man den multiplayer zocken kann doch kann man auf jeden fall zweiten auch du möchtest mal abstürzen ja haha das ist so spannend nein guck mal war wieder gekönnt ne ne das ist abgeguckt von mir jaja ist ja nicht so dass ich das als erstes schon hatte ne ne als fotzenbratze 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 ja fotzenbratze lauf einfach lauf 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 deine mutter läuft gleich ne aber nicht oh bist du schlecht das ist aber so geil ganz ehrlich so die letzten 10 leben ok jetzt konzentrieren drehen wir uns auf jeden fall nicht wie immer nicht konzentrieren dann kommen wir weiter ne ist doch wirklich so ne ne ich nicht bei mir gehts ja ich konzentriere mich nicht aufs spiel und ich komme weiter und du bist die ja da hast brain ne hab ich nicht was ist das brain wenn ich mich zu sehr konzentriere ist mein gehirn zu befordert kommt mir immer meistens so vor dann wenn ich mich irgendwo drauf konzentriere bim bim hast du die beiden funkelnden augen gesehen von dem bösen monster was mich getötet hat das richtig am schielen ist ja also eine sicht nach unten die andere nach oben meinst du ja oh behindert jetzt hab ich ihn wieder gekillt hehehe ach ja bro da 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 die und ja ja find's lustig Aber das ist echt immer so abgepasst, dass das wieder runterfällt, ne? Der Sound, der Sound-Sprung, wenn man, wenn das lenkt. Ja, ich weiß. Vor allem rückwärts rüberspringen immer, das ist auch immer so richtig gekonnt. Hast du denn schon wieder ein Leben oder so? Ja. Wo es sich auch richtig lohnt, ne? Ich weiß. Egal, du hast das Wimper geschafft, du hast mir mal den Willen gezeigt. Ja, hab ich. Vor allem aber immer kurz bevor du da bist, läuft die Zeitfahrt ab. Und ich hatte eben 88 stehen, übrigens. Entschuldigung. Entschuldigung.